Hallo Freunde des gepflegten Fußballsports, so wie ihr ganzen Dollis aus irgendwelchen Facebook-Gruppen, die in ihre Dynamo-Bettwäsche onanieren oder weinen. Es geht wieder los. Die Rückrunde startet. Dynamo greift wieder an. Die Aktion heißt wir zusammen jetzt oder jetzt zusammen wir. Oder was auch immer. Aktion Klassenhalt. Ganz großes Kino. Wir haben 13 Punkte und wir stellen uns mal ganz dumm. Es sind noch 16 Spiele. Wir werden 8 gewinnen und 3 Unentschieden erreichen. Macht summa summarum 40 Punkte und damit wahrscheinlich den Klassenhalt. Aber wie soll es denn funktionieren? Zum einen, wir haben einen neuen Kapitän mit Florian Ballas, einem der schlechtesten Abwehrspieler der Vorrunde. Er ist jetzt Kapitän geworden. Er wird es wahrscheinlich dadurch jetzt sehr viel besser mit seiner Leistung. Man weiß es nicht genau. Also für mich hätte es nur einen Kapitän gegeben, einen neuen. Und das wäre Ehrenbruder Broll gewesen, der mit konstanter Leistung so relativ alles zusammengehalten hat in der Hinrunde. So, jetzt kommen wir noch kurz zu den Abgängen. Das sind zum einen Kone, Gott sei Dank ist er weg. Und man hat vielleicht noch was bekommen dafür. Und da ferner ausgeliehen irgendwo, dass er Spielpraxis bekommt. Super, ein super Transfer. Man holt den Mann, weil er ja ein Talent ist. Und jetzt wird er wieder verliehen. Ganz großes Kino. So, zu den Zugängen. Petrak, Donio, Terrazino, Schmidt. Was für Namen. Man wird sehen. Also keine großen Zugänge, wo ich jetzt sagen muss, die hauen mich jetzt unbedingt vom Hocker. Aber man wird sehen, wie die Jungs einschlagen und uns helfen. So, alles in allem bleibt einfach wieder nur zu sagen, ein zusammengeborgter Haufen an Neuzugängen, wo abgewartet werden muss, was sich daraus entwickelt. Und wir müssen jetzt gucken, dass es irgendwie in Richtung Klassenerhalt geht. Heute den Anfang machen mit einem Sieg gegen den Karlsruher SC. Das wird nicht unbedingt einfach. Aber wenn nicht heute, wann soll es denn dann losgehen? Also, ich freue mich. Bis später, ihr Dullis.